Warum Maxima überaus praktisch ist. Man kopiert den Quellcode, zum Beispiel, hier wird es ja gleich angeboten, aber sonst STRG-C, geht dann auf das Computer, Algebra System, Maxima Online zum Beispiel, was sehr praktisch ist. STRG-A, dann ist das markiert, STRG-V, dann ist der Quellcode eingefügt und dann Calculate. Und, das Ganze ist wunderbar abgerechnet. Man könnte hier natürlich auch Daten verändern, aber das ist in dem Fall ja nicht notwendig. Ich hoffe, das ist ein gutes Argument gewesen.